Guten Abend, eben zwei Minuten. Vom ukrainischen Nationalsozialismus ist sein ganzes Leben unterwegs mit der neuen Tour von der Passionata, Mondwind, am 2023 am Tour, kommt er mit seiner siebenjährigen reichlich-deutschen Kaltengut, einer Rasse, die von Ausstatt bedrückt ist. Und wir möchten Ihnen gerne dieses schöne Pferd heute zeigen. Von Hand aufgezogen, ganzjährig Witt Hermann bei Viktor. Er ist ein guter Futterverwerter. Und was ich damit meine, sehen Sie jetzt. Liebe Gäste, Viktor und Herr Hermann, alles Gute. Er ist ein guter Futterverwerter. Er ist ein guter Futterverwerter. Musik 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 Jaaa! Victor kämpelt jetzt und schauen Sie mal, was er jetzt noch macht. Oh, okay. Vielen Dank! Applaus Vielen Dank.